Seht ihr den Turm da? Da werdet ihr mich jetzt gleich runterschreien hören, denn das ist der größte Freifallturm der Welt. Und sage ich jetzt rauf oder muss rauf. So, jetzt bin ich beim Power Tower angekommen und bei mir ist jetzt die Christina, die Chefin. Servus Christina, du hast ja eh den gleichen Namen wie ich, wie praktisch. Ich hab auch die gleichen blonden Haare. Stimmt, fast ein bisschen Partnerlook, gell? Du Christina, ich bin ein bisschen ein Schisser. Muss ich wirklich bis hoch in die 13. Etage? Ja, du kannst ja unterwegs aussteigen. Ich würd's nicht empfehlen. Fahr lieber bis ganz nach oben. Das Schlimme ist ja, das ist der Freifallturm, der öfter fällt. Also, man muss schon hartgesotten sein. Jetzt sagst du mir noch kurz, wo findet man euch? Eigentlich ja nicht zu übersehen, aber nochmal genauer. Straße 4, Platz 23. Okay, dann sag ich jetzt mal, ich hoffe, ich komm high wieder runter. Bis dann. Ich hab Angst. Ich kann nichts anderes sagen. Ich hab Angst vor diesem Fahrgeschäft. Okay. Oh Gott, es geht nach oben. Oh Gott. Ich. Oh Gott. Und jetzt stehen wir hier weit oben. Man hat zwar hier einen wunderbaren Ausblick über das ganze Oktoberfest, aber mir ist es zu hoch. Es ist mir eindeutig zu hoch, muss ich sagen. Es ist mir eindeutig zu hoch, muss ich sagen. Ja, Platz! Das war überraschend. Nein, nicht. Doch, Manni. Nein, 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 nein. Wir Bengen auch bei uns nicht alle zusammen. Für Nobody? Aber wir können dann beim Zげ�fahrung rüberkennen.